Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Omsi 2 hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns heute auf der Karte Bad Hügelsdorf und werden uns die Linie 314 genehmigen. Ich habe mir jetzt ganz aktuell die Version 1.3 runtergeladen und damit wir sehen, was hat sich verändert, habe ich mir den James mitgenommen. Hallo. Der James ist nämlich schon die Version 1 gefahren, ne? Ja, aber eine andere Linie. Eine andere Linie, stimmt, ja. Aber zumindest am Ende, glaube ich, haben wir da so ein paar Haltepunkte, die gleich sind von den Linien. Das könnte sein, ich bin zum Beispiel an der alten Ziegelei, habe ich gehalten. Ja, siehste. Haha. So, jetzt müssen wir aber erstmal den Motor starten. Und ich finde, die Lackierung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir streiten uns gerade darüber, was es ist. James sagt, es ist orange. Ich sage, das ist pink. Das ist orange. Das ist so, äh, so wie die Pink Grapefruit Fanta. Sieht das so ein bisschen aus, finde ich. Quatsch. Ja, ehrlich. Ah, so. Tracker habe ich alt. Das ist eine Augen. Nein, habe ich gar nicht. Boom. Okay. So, jetzt ist alles richtig eingestellt. Ich habe überhaupt nichts an den Augen. Finde ich voll gemeint von dir. So, ich glaube, wir müssen jetzt direkt hier vorne, ja, wir müssen direkt hier vorne rein. Ja, ich fahre die Karte auf jeden Fall das erste, ah ja, mhm. Ja, der Würfel ist ein bisschen arg weit vorne. Ja, und ich fahre mal seit langem wieder, oh, 400, äh, 455. Oh, 530. Oh, 530. Ja, ich weiß noch nicht mal mehr, wie der Bus heißt. Der heißt, Günther. Günther. So, jetzt machen wir nochmal eben, äh, den leichten Fahr, also den einfachen Fahrkartenverkauf an. So, hu hu hu, hammer, ne? Achso, und, äh, was wir noch einmachen, die Heelspfeile, ne? Welche hier, ich habe jetzt diese orangenen, orangenen Pfeile. Ja, aber die, die müssten eigentlich korrigiert sein, mittlerweile bei der 1.3 mit Beschriftung. Ja, das, äh, werden wir uns dann gleich mal anschauen. Sieht vorne schwer danach aus, als wäre der beschriftet. Ja, da steht irgendwas von Nachtlinie. Ja, sie sollten eigentlich beschriftet sein. Hm, ja. Weil das, äh, stand irgendwo mal irgendein, irgendein Change-Lock, dass die Heelspfeile geändert sind. Sehr gut. So soll es sein. Ähm, uh, das finde ich nicht so. Ich sehe mich so ein bisschen so an Werder Bremen. Hm, aber die Farbkombination, gut, äh, Hauptsache, man hat, äh, nicht standardmäßig Sachen genommen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Äh, eben. Wo war nochmal hier, ne, Klima, ne? Ne, Ventilator auf diesem Kippschalter. Hä? Ja, ja, ist die Heizung. Ja, ja, gut, was wird das nochmal? Das ist um Luft. Das bringt ja gar nichts. Ne, du musst nur den Ventilator anmachen, das heizt der. Naja, gut. So, Licht haben wir an. Brauchen wir zwar nicht am helllichen Tag, aber sicher ist sicher, bevor jetzt gleich einer rummotzt, ne? Ja. So, und dann können wir auch schon los. Ich finde es ja ganz schön, wenn es in Omsi noch die, äh, Sensoren gäbe. Also, dass Omsi je nach Helligkeit selbst entscheidet, wann das Licht im Bus angeht. Dass du es einfach aktivieren kannst und... Das wäre wirklich gut. Oh, wie Wahnsinn, der Nachspiel, Licht zum Aushalten. Oh, Oststimmen, sehr schön. Ich bin schon irgendwo gegen gefahren. Ja, mhm. Ja, da fällt ja meine Frau besser, hat er gesagt. Irgendwoher kenne ich den Spruch andersrum. Wow, wie fahren Sie denn? Wer hat er meine Frau? Alter, ich will hier einfach nur von dem Paller weg. Der Spruch bei Ruhr war doch... Ja, das hätte man mal gesagt. Ja, das ist die Falle schlechter als mein Mann. Ja, oder so, genau. Stimmt. Die fallen ja schlechter als mein Mann. Ja. Aber finde ich gut. Ein Pluspunkt. Neue, eigene Stimmen. Finde ich immer gut. Aber bei Ruhr ist der Witz, wenn man weiß, wie in die Stimme gehört. Das ist doch lustiger. Ja, ja. Dabei fahre ich gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, warum Jasmin sowas erzählt. Wahrscheinlich, weil du das irgendwo aufgeschrieben hast. Ja, das kann gut sein, ja. Naja. Schöne enge Radien hier. Ist das da? Moor oder was? Feld. Ach, ein Feld. Feld. Ja, das fand ich auch nicht so toll. Ähm, Weizen. Okay. Auf jeden Fall Getreide. Na gut. Ach, guck mal hier. Wo kommt ihr nochmal aus? Oh Minz oder so? Wo waren die nochmal her? Äh, äh, hier Dings, äh, eine russische oder russische Kassel. Böse Zöni. Böse Zöni, genau. Die Felder finde ich immer noch nicht ganz so toll. Die kann man noch ein bisschen besser abgrenzen. Ja, das stimmt schon. Aber, ach, da guck mal diese Backdrops, die habe ich auch schon mal hier. Aber so von der Gestaltung her ist es ja auch schon, okay. Ja, das ist okay. Ich finde nur die Kurvenradien, so viele kleine Kurven hintereinander, das mag ich ja nicht so. Ja. Ja, ja. Mein Gott. Ich weiß jetzt gar nicht, ob schon eine Ansage kam. Ich will ja auch nicht sagen. Oh. Ja. Und eine Geschwindigkeitsbegrenzung wäre ganz schön gewesen. Egal. Oh, ich habe immer noch ein bisschen Nacken von gestern, ne? Immer noch. Ja, mein Rücken, mein Rücken ist wieder in Ordnung. Guck mal, hier kannst du dir Blumen pflücken. Ja. 50 Cent in die, in die Packung da, in die, in die Box und dann kannst du hier Blumen pflücken. Ja, Blümchen. Das ist das Söhne, ne? Blümchen sind Söhne. Ah ja, aber schöne Blümchen. Ja, ich finde Blümchen. Boah, Alter, werden die Radien auch noch enger in der Kurve hinterher. Alter, das ist ja fast wie auf Rennstrecke hier. Junge, Junge, Junge. Mir fällt auch spontan einer ein. Boah. Wer war das denn? Ich glaube, da wurde es rausgeladen. Ich glaube auch. Ach, guck mal, hier so ein ungefeilter Baumstamm. Auch nicht schlecht. Das glaube ich auch vom Andi, kann er sein? Hab keine Ahnung. Vom Anbohe. Ja, juhu. Yay, jippiei. Fehlt ihr irgendwas? Da fehlt was, beziehungsweise da ist zumindest die Kachel rausgeladen. Da hast du vielleicht irgendeinen Zusatzdown und nicht. Na, wir schauen uns das gleich mal an und sind dann wieder da. Tschööö, bis gleich. Und schwupp, war die Straße da und schwupp, kommt uns der Kollege entgegen. Ja, und wer noch schwupp da ist, ist der Julian. Hallo. Ich hab ihn da wieder reingepuscht. Er ist mit dazu gekommen. Ja, Juli. Ja. Der Fuscht sich auch ständig über allerein. Ja, sind wir zum Kassen. Den wirst du nicht losentümen. Wirst du nicht losentümen. Wirst du nicht losentümen. Na ja, doch, also los werden kannst du mir ganz einfach, aber. Ja, genau, ich müte dich einfach. Richtig. Ne, machen wir nicht. Oder du bist die Stichs einfach hessisch mit ihm. Komm mal hinter mir, ne, dann bleibt er. Ne, ne, dann geht er ganz schnell. Oh, die Villa Regenbogen. Oh, wie schön. Die Karte hat so ihre Momente, ne? Ja, wo ist das? Ist das aus Mainz oder was? Keine Ahnung. Und da sind ein Schweißnetz-Huhen, Feuerwehr-Auto. Ja. In dem Feuerwehr-Outdoor. Warum hält der jetzt hinter mir der Vogel? Ich hab den doch abgelöst oder nicht? Endlich hier noch der Fahrplan abgebrochen. Druckst du? Ja, ist weg. Ist weg. Äh, 314. Von Großweihern. Und wir sind. Ne, du musst einmal, äh, du hattest, glaube ich, Umlauf 2. Ach ja, Anfang Großweihern und wir sind jetzt im Bergdorf. Ja, mach mal lieber die darauf folgen, ne? Äh, ich mach mal im Elend. Im Elend, ach du Scheiße. Watten Elend. So, finde ich gut. Keine Ahnung. Hast du den Hisfall auch wieder angemacht? Wollte ich den Hisfall auch wieder angemacht? Nein. Wie jetzt schon. Aber ich glaub, der hat sich jetzt nicht abgelöst, die Pissbirne Nadal. Doch, der schildert jetzt Betriebswartung, dann verschwindet der immer. Meinst du? Naja. Im E-Makassen, die Covid-19 mit 70 fahren. Hm, was? Das würde ich ja gerne mal versuchen. Nein, nein, das heißt, die Schilder heißen, du darfst nicht, das ist auch möglich. Ja, nein, das stimmt so ja normalerweise nicht. Also Verkehrssteller schreiten schon das an, was maximal möglich ist. Vor allem hier durch die zweite Kurve darfst du nur 30, der hat den gleichen Reihen. So, hier ist 40, hier setzen wir mit Sicherheit auf. Boah, Alter. Naja, gut. Huiiii, ist wie auf der Achterbahn. Ich bin viel lustiger, wenn sie die Arme hochhebt. Ja, und ich verscheiße, sagt der. Ich schmalig gleich raus, den Pisser. Kann nicht sein, dass er die ganze Zeit fahrscheiße. Ja, ist sehr hügelig in Bad Hügelsdorf. Huiiii, da sind wir wirklich mal kurz aufgesetzt, glaube ich. Gas geben. So, Gas geben. Boah, hier mit dem Schaltwagen am Berg anfahren. Ja, das Gas geben hat nicht so ganz funktioniert. Der heißt, alter Junge, der kann ja nicht so schnell. Ja, komm, komm. Wir fassen immer noch 30. Komm, komm. Ja, wir haben... Ja. 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 Da steht, mach das Bild weg und schon. Wie schön. Ihr habt es geschafft. Fein. Ja. Boah, Alter, was sind das hier für Radien? Also, das ist vielleicht so ein bisschen... Das ist ein Berg. Ein bisschen knallermäßig. So, wir müssen links. Guck mal, hier fehlen die Bezeichnungen immer noch. Oh ja. Ja, wer braucht den schon bezeichnen? Das sind unterschiedliche Farben. Ja, aber es gibt auch Menschen, die die unterschiedlichen Farben nicht erkennen können. Nee, die dürfen ja nicht so gut. Die dürfen keinen um sie spielen. Nee. Offiziell laut dieser Map nicht. Die Brücke ist ganz nett. Ganz nett. Ja, ganz nett ist sie, die kleine Bruder von Scheiße. Nein, die ist schön. So ist schön, ja. Ja, kann man mitnehmen. Warte mal, jetzt machen wir hier mal ein Thumbnail. Thumbnail-Diva, wisst ihr ja? Naja, überhaupt nicht, Kasten. Du würdest doch niemals Thumbnails machen. Zack. Scheiße, auf dem Fahrplan. Ja, also ich heiße auf dem Verkehr, der hinter dir steht. Die Sicht ist schon ganz nett, würde ich sagen. Ja. Oder? Hat er auch gut gemacht. Man sieht nicht ins Niemandsland. Und da ist sie eine Burg. Da ist eine Burg. Ja. Und vorher haben wir wieder eine 90 Grad Kurve. Yay. Because of is so. Ja, die Burg zieht aber ganz schön Performance, habe ich so das Gefühl. Einzel? Ja. Meinst du die Burg zieht Performance? Ja, mein ich. Bin jetzt gerade bei 14 FPS, also. Na sie, was geht? Na sie, was geht? Alles geht. Alles, was nicht fest ist. Witzig, ne? Bin ein witziger Typ, ich weiß. Ja. Ja. Aber eigentlich geht alles, was beinahe hat, außer Tisch und Stühle. Aber heißt die Haltestelle jetzt tatsächlich... Ne, aber das ist doch schon Schloss... Ja, ja. Schloss nicht so gut. Schloss nicht so gut. Einmal korrigieren. Schloss Narnhalt. Aber den Gong finde ich geil von den Ansagen. Das muss ich schon sagen. Ich bin jetzt gerade nicht mit Präsent im Ohr, aber ich werde ihn ja gleich hören. BAM! Machen die. Achso. Aber schön hier. Schön hier. Allerdings bin ich tatsächlich nicht so dieser Mega-Fan. Also ich meine, ich habe ja, ähm... Wie hieß die Karte noch? Mitte Berge und so. Römerberg. Römerberg, genau. Bin ich ja auch nicht so gerne gefahren. Weil die Strecken so extrem kurvig und eng waren. Wenn ich mir das vorstelle, ich fahre jetzt hier noch mit dem Gelenkbus rum. Boah, ey. Boah, ey, sagt er. Hupala. Was denn? Was heißt das? Ich bin ein bisschen unfähig. Erzähl uns was Neues. Ja, die Deichel-Legos-City-Fan. Ach, cool. Gut. Ja. Also passiert nicht nur mir solche Fehler. Letzte ETS-Folge als erstes und so. Alle auf einmal. Gibt's auch. Boah, Alter. Also meine Konzentration ist gerade voll auf Anschlag, Kollege. Voll auf Anschlag? Voll auf Anschlag. Die Straßenverhältnisse geben aber nicht mehr her. Ich fahre jetzt auch die ganze Zeit 40 hier, ne? Es kommt in der Bildschirmübertragung etwas schneller rüber. Echt? Weil die nicht so ganz flüssig ist. Also, ne, ich fahre 40. Da gibt's immer hier und da so ein paar Rügle. Echt? Gugler? 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 Das ist aber nicht schön, ne? Ja, ja. Ah, ja. Ja, mein Gott. Gugler. Junge, Junge, Junge. Wer hat sich denn die Radien hier ausgedacht? Äh, der Maibaum. Äh, der Maibaum. Der Maibaum. Ja, der Maibaum. Da ist er. Bald. Ich wollte nicht, ob ich es hier schön ankommt. Meinst du, das ist schön? Ja, aber ich wollte das E-Land nicht sehen. Wenn ich komme. Kann natürlich auch sein. Hallo. 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 Schön, wie sie alle von hinten nach vorne gerannt kommen, um ihre Fahrkarte abzustempeln. Den ist auch ein Automat. Ne, den benutzen die aber nicht. Den kennen die nicht. Weil umso kann nur ein. Richtig. Ja, aber ich sag denen das. So. Der nächste, der nach vorne kommt, der kriegt rechts und links einen Umrohren. So, jetzt muss ich da gerade aus. Dann kriegst du von deinem Arbeitgeber links und rechts einen Umrohren. Quatsch. Ich bin doch der Chef. Du bist doch der Chef. Nee, von der RV AG, aber nicht hier von. Lieber Carsten. Das funktioniert so nicht. Mann, ist genauso. Ja, äh, Mirko läuft mir jetzt in den Bus. Und? Es ist Günther. Günther. Das ist eine sehr interessante Busfarbe übrigens. Ja, findest du? Eine Art Neonorange oder so, ne? Nein. Pink Grapefruit. Was? Das ist Pink Grapefruit. Wie Pink Grapefruit. Pink Grapefruit. Dann sieht das über die Übertragung scheiße aus. Ja, warte mal. Dann sieht das über die Übertragung dann aber so aus. Leider, James, das Autos ist so orange. Pink Grapefruit. Ja, Pink Grapefruit. Wer sagt das? Der Wettbewerbssteller oder? Ich. Dann du sagst, der Wettbewerbssteller. Der Wettbewerbssteller stellt ja auch orange. Aber ich frage mich, also irgendwas ist performance-mäßig hier so ein bisschen im Argen. Skype? Achso, ja, stimmt. Wir haben ja Skype an, ne? Ja. Aber 15 FPS ist schon echt extrem, finde ich. Aber nö, die Kurvenradien. Das sind die Werte, mit denen lebe ich. Und die Kurvenradien sind auch extrem. Hier kommst du ja nicht mal vernünftig rum. Ach, das geht. Ja, klar, deswegen muss der Carsten hier auch gerade lang schleichen und aufpassen, dass die KI ihn nicht ran. Aber ich schaffe es. Ich sag's, dass es geht. Ja, er schafft es, aber du schaffst es, aber es muss sein. Er ist ja nicht völlig für den Busverkehr, wenn du da jedes Mal so stehen musst und erst mal warten musst. Ja, nee. Also ich meinte, dass es so Stellen mal gibt, ist ja auch okay. Aber ich finde, dass es hier schon etwas zu kurvig alles ist. Ganz, ganz viele Blumen angepflanzt. Ja, Sonnenblümsel. Ja, Sonnenblümsel. Auch andere Blümsel. Guck mal, da war ich schon. Nicht nur Sonnenblümsel, sondern auch an der Blümsel. Ich bin jetzt von rechts gekommen, ne? Wahrscheinlich, ich bin rechts hochgefahren. Ach, du bist rechts hochgefahren. Der fährt mir jetzt in die Karawetten. Nein, er bliegt ab. Okay. Aber ja, Schweine ab. Das ist der Fingstchild. Gegenverkehr. Ah, es ist so, Gegenverkehr abwarten. Du musst auf der 307, weil es da echt schweineeng ist. Also zwei Busse nebeneinander gehen da nicht los. Okay. Ach, guck mal, wie viel Fahrt wirst du hier? Ja, vielleicht hätte ich einen Gelenkbus nehmen sollen, ne? Ja. Ja, denke ich mir auch gerade. Ja, vielleicht hätte ich einen Gelenkbus nehmen sollen. Warum habe ich eigentlich keinen Gelenkbus genommen, so viele Leute wie einsteigen wollen? Ich glaube, ich werde hier noch in den Solo-Rollen. Nein, guck, da steht noch einer. Ja, da fahren noch mehrere Linien. Oh, 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 oh. Entschuldigung, Oma. Habe ich gar nicht mitgekriegt, du. Tut mir leid. Hä? Hast du hier keinen Fahrschein verkauft? Guten Tag. Tag. Moinsen. Moinsen. Das kenne ich immer, das mal die Hallo-Hallöchen, das kenne ich aber. Nee, die Hallo-Hallö-Hallö, nö, nö, nö. Aber cool. Ich finde das immer gut, habe ich ja schon mal gerade gesagt. Ich finde immer gut, wenn man so eigene Stimme mit einbringt. Guten Tag. Ist jetzt gleich mal jetzt vorbei, oder was? Das kann das doch nicht sein. Oh, oh, oh. So. Wir können weiterfahren. Schön. Herrlich. Der hat der Gast nicht hinbekommen, ne? Herrlich. Ja, sind alle drin. Wahrscheinlich kommt der Bus jetzt gar nicht mal aus dem Knick. Voll besetzt. Also, das schafft der. Der hat ja, der, der, der so stark sollte der Motor schon sein. Meinst du? Ja, ja. Und diese Zeitungsdienste ist ja ganz cool. Die würden wohl auch noch aufwerten. Habe ich in meiner Folge sogar gesagt. Ja, die sehen ganz nett aus. Stimmt. Ja, habe ich gesagt. Hier wird es auch in der Nacht besonders hell. Oh, ja. Ich habe, glaube ich, sogar irgendwann mal irgendwo erzählt, dass wir da früher in diese Bildautomaten 80 Cent reingeworfen haben und es dann einfach drei Zeitungen rausgenommen hat. Ja. Ja, ich sage, was habt ihr gemacht? Als Kinder. Diebstahl. Ja, das finde ich war auch nicht in Ordnung, James. Und dann erzählst du das noch hier als schlechtes Beispiel, wie man sich nicht verhalten soll. Ja, genau. Damit andere sich nicht so verhalten. Uhuhuhu. Das ist das nicht Pink Grapefruit. Doch klar. Essen. Komisches. Rot-orange Kram. Rot-orange Kram. Das ist das Pink Grapefruit. Grapefruit. Klar. Ihr kennt die alle nicht, die Pink Grapefruit-Fantanne, oder? Doch. Nee, aber normalerweise gibt es nicht so, ich sage, hier so viele Farben, Carsten. Also, bei Männern gibt es nur Rot-Gelb-Grün-Blau-Schwarz. Nein, bei mir geht es Pink Grapefruit. Und die ganzen Verstaffelungen, die kennen wir nicht. Äh, wo war man gerade? Gestern. Nee, jetzt muss ich mal durchfahren. Oder? Ja. Ja. Uhuhuhu. Jetzt hat der Carsten schon ein gutes Mikrofon. Ja, was denn? Aber? Macht immer noch Dauersinn in dem Teamspeak. Was mache ich? Was? Was? Was war im Teamspeak? Dauersinn. Ach so. Ja. Jetzt noch nichts Schlimmes. Ich atme ja nicht so. Doch, jetzt gerade schon. Ja. Als schlechtes Beispiel habe ich das. Oh, das ist so. Ich habe keinen schlechten Schwarz, weil ich war hier mit 40 um die Kurve. Alter, das ist zu schnell. Durch die Kurve darfst du nur mit 15,75 keinen Hafer. Durch die hier auf einmal wieder nur mit 30. Und Leitplatte direkt daneben. Alter Schwede. Na ja, gut. Was ist mit dem alten Schwede? Ist halt Geschmackssache. Was hat dies mit dem alten Schweden? Sag mal. Ja, der steht in der Garage. Hier nebenan. Im Wald und verrostet. Ah, okay. Daniel kann auch gar nicht rosten, der ist aus Plastik. Ist aus Plastik, wo man sagt, Plastik? Falls das gar nicht heißt. Ach, ich meinte den Volvo. Wo ist ein Schwede? Was steht da? Was steht da? Alle Linien. Oh, wir haben mal eine neue Farbgebung. Oh, das ist gelb. Das ist gelb. Das ist gelb. Standard um sie ein. Zwei. Und drei. Ach, nee, gibt es ja nicht. Gibt es ja nicht. Drei heißt ja Lotus. Und oh, da war aber ein ganz unschöner Übergang. Ei, 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 den hab ja selbst ich hier sehen. Echt, den hast du gesehen? Ja, den haben wir. Ja, finde ich gut. So, nächster halt in Stadtklinik. Muss ich mir merken, dass ich nicht überall anhalte. Was ist das denn für eine miederliche Farbe? Wo denn? Hier dieses braun und dieses grün. Ja, das ist ja für die verschiedenen Linien. Nee, ist klar. Klapp. Aber so camouflage, das erkennst du doch kaum vor dir. Ja, an den lieben Weltmeistersteller. Man sollte die Einfahrt für LKWs hier definitiv verbieten. Ja, MAN. Hier ist ein Löwe in die Seite gefahren. Hinter dir steht vielleicht ein Auto. Das ist mir jetzt vollkommen egal. So. Der steht ja gut. Ja, ja, ich halte aber nicht an. Haltet einfach den Bubble. Boah, ey, noch da. Da ist die Kacke am Dampfen hier. Die Kacke am Dampfen. Die Kacke am Dampfen hier. Also hat er sich schön ins Höschen gemacht, so wie ich gefahren bin. Finde ich gut. Aber Kacke dampft doch nur im Winter. Ist hier die Ruhrklinik? Nein. Doch, Stadtklinik. Ich muss hier anhalten. Steht. Warum ist denn der, der haltet da, da hinten? Oh, da chillt. Ja, guck mal, jetzt sind sie alle, steigen sie alle wieder aus. Ja. Alle, die gerade so schön eingestiegen sind, steigen jetzt alle wieder aus. Die ist positiv, sie haben die Kacke gekauft. So, ich mach jetzt einfach mal die Türe zu. Ihr werdet noch schön weiter in eure Höschen machen, wenn ihr mit mir fahrt. Ach, herrlich. Jetzt sind sie ganz aggressiv. Jetzt drücken sie sogar einen Kinderwagen. Sollen sie ruhig machen. Das steht da. Warum Einsatzfahrzeuge? Okay. Da brauchst du nicht. Da, wegen dem Krankenhaus. Krankenhäuser. Krankenwagen. Krankenwagen. Ja. Glaube ich auch, wegen dem Krankenhaus hier. Guck mal, wie hinter dem Knopf haben sie auch gedrückt. Sehr schön. Hatte der Julian vorhin gesagt? Nee, er hat den vor Kinderwagen gesprochen noch nicht. Ist das der gleiche? Ist das der gleiche? Ist das der gleiche, echt? Ja. Jetzt kommt er ja gleich die alte Ziegel. Guck mal hier, die, 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 die Anhänger. Die Anhänger ist hier, guck mal. Anhänger. Was sind die Anhänger? Da vorne fährt es jetzt gleich auf die alte Ziegel zu. Die ist auch ganz schick geworden eigentlich. Weil das ist so ein, so ein, wie so ein verlassenes Haus. Mit zerbrochenen Scheiben und so. Das hier oder was? Irgendwo so ein altes Backsteingebäude steht da. Also hier an dem Zaun fehlen übrigens die, äh, Fähle. Die Fähle. Ach da, ja, das sieht cool aus. Ne? Ja, doch. Ne. Ja. Doch, 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 ganz schön. Und das hat was. Doch, das hat was. Finde ich auch. Ja. Und orangen hat der Sternschirr. Die sagen noch nicht mal mehr Hallo. Ne, die wissen schon, dass du fährst. Ja, der Götter ist schnell die Verteiler angerufen. Die Telefonliste. Die Kast hat immer noch nicht alle rausgehen lassen. Ne, warum auch? Oder beziehungsweise hat mich kniert. So, und hier ist der, äh, Betriebshof für Bagger. Genau. So, Bauhof. So, Bauhof. Man spielt wie wieder, Bau der Monat. Der muss auch mal wieder machen, ne? Je öfter die Leute fragen, umso weniger habe ich da Lust drauf, ehrlich gesagt. Aber ich würde echt sagen, also... Pfff. Reformsmäßig ist das hier gar nicht. Wie, nobel. Ja, der erste ist doch hammer. Penny und Lidl direkt nebenan. Aber man muss, man muss dazu, was? Penny und Lidl direkt nebenan. Ja, gibt's öfter. Ja, gibt's öfter. Ähm, man muss aber dazu sagen, der Kasten fährt auch mit drei Nachbarkacheln. Nein, nicht mehr. Doch, du hast es wieder hochgestellt. Echt? Ja. Dann hat er sich das nicht gemerkt, der Omsi. Nein, du hast das selber wieder hochgestellt. Ne, hab ich gar nicht. Ja, auch. Nein, wann denn? Letztens, als du die Einstellung nochmal geändert hast, weil Omsi sonst immer abgeschmiert ist. Woher ist das wieder hochgestellt? Oh, oh, oh. Die Kreuzung ist interessant. Hattest du nicht Rot-Kasten? Ne. Hm, geht doch. Da. Das ist sehr grün. Aber die Kreuzung ist Tatsache interessant. Ja, die ist eher, äh, total komisch, wenn ich ehrlich bin. Nö, das muss. Ja, das muss interessant. Hm. Hm. Also. Naja. Umweltzone. Umweltzone. Übrigens, das ist das Problem mit den Schildern, die du da immer mir anpreisen möchtest, dass die Zusatzschilder immer viel zu weit unten hängen. Das ist nur jetzt gar nicht so weit unten. Doch, das hängt sehr weit unten. Da muss er jetzt mit Leben, James. Jetzt muss ich, äh, 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 äh. Äh. man noch mal drinnen ab fast das nicht was du hast aber schnell kommst du drüber jetzt kommt keiner mehr vor jedoch das wollen der micro der läuft nämlich in dem bus seitlich immer noch günter günther mirko olga was auch immer so hallo ich bin wohl gern und wieder 10.000 kurven es ist kurvestan ja eigentlich hätte man das bad kurven berg nennen oder so bad kurven berg ja stimmt dann hast du dann hast du da in dem namen drin dass es viele berge gibt und ja und kurven ja ist doch gut oder nicht ich habe wieder geile ideen für mich kasselsnäste straße bad kurven berg er hätte aber wirklich nicht doch echt der hiefer ist dann doch eine halte stelle ist mal weg haltestellt man ja die dortmunder aber auch teilweise wieso nur teilweise weil die nicht überall hingebaut haben manchmal haben sie auch einfach ans halt stellen häuschen so ein haarschild dran geballert und dann die linien daran gesteckt der haltestellenname steht dann auf dem haltestellen häuschen drauf so was hässliches haben die und oft genug die die schicken Schilder die haben die nur in den schicken Fädeln also in der Innenstadt die Hörde in Hörde Hörde ist schick. sie liebt BNW weil das Modell ein Hingucker ist hoch die doch die Liedversorgung ja dann nicht sich liebt BNW so sie können auch Hingucker dann gucken sie gefördert und so wie sie von der ich so bin sie das 6.de ist aber gerade erst geworden guckt er ist auch gerade losgefahren war schon gar nicht so vollgas geben mit dem bus und dann ist nur 40 Hauptbahnhof ja da kommt ja auch hier wieder eine Kurve kann ja auch nur 40 Hauptbahnhof ja ich so viele Geschwindigkeitsbegrenzungsüttel habe ich noch nie gesehen nur auf der Karte ja wohl gerade am Anfang da warst du noch nicht da da hätte ich sie gebraucht weil da waren so scharfe Kurven da ich habe sie einfach übersehen kann natürlich auch sein so scharf mal hier mal eine lange gerade die gegen gerade ist hier aber noch nicht Hauptbahnhof oder nee hier ist die lange Straße Badener Weg ja klar finde ich aber ich wäre da fast drauf reingefallen der Rest steht da oben drüber 307 links und der Rest muss nach rechts die Reste du bist der Rest ich bin der Rest der Abschaum ja Carsten weiß Bescheid hier von der Map wird dir erstmal gesagt was du bist alter Schwede entweder bist du die 307 oder du bist halt der Rest der der Abfall der Abfall der Abschaum keine Sau kümmert sich um den Rest wer will denn schon mit dem Rest zu tun haben hier echt richtig der Rest ist nur Abschaum so jetzt sind wir jetzt am Hauptbahnhof guck mal wo ist der Hauptbahnhof? da hier interessant dass am Hauptbahnhof niemand einsteigen möchte die Linie endet da doch auch nein ich muss einmal nielen Carsten ich muss nielen damit ich was? ach nee ist schon gut der Kinderwagenwunsch ist schon weg oh sonst bin ich wieder zu weit da hast du eine Störung außenbeleuchtung er ist mir auch einer reingefahren deswegen welche Außenbeleuchtung ist denn kaputt? hinter links? keine Ahnung oder eine Lampe das wird man mir dann in der Box sagen äh das stimmt statt Theater bitte alle aussteigen Stadt Theater Internetstelle bitte alle aussteigen also wir fahren jetzt zum Stadt Theater ja wir fahren jetzt zum Stadt Theater hier wird ganz kräftig gebaut an diesen 70er Jahre Wohnblock ja wird angebaut wird angebaut ein 10er Jahre Wohnblock 10er Jahre Wohnblock weiß bescheid so ja ja da da hätte man ja nochmal eine Haltestelle zwischenpacken können finde ich ja ist ja schon ganz schön weit wie die Leute sonst laufen müssen ne ja nicht schon mit dem Bus da ist die Stadt Theater ja aber dazwischen die da die können ja da nirgends wo einsteigen ja ja Pech ja ja meinst du die wurden in die Busplanung einfach nicht mit einbezogen die waren halt einfach der Rest richtig jeder fährt vom Hauptbahnhof bis zum Stadttheater der Rest muss anlaufen oder fährt mit dem Taxi oder fährt mit dem Taxi wir sind alle so reich hier in Bad Hübelsdorf und da kommt eine Feuerwehr von irgendwoher Uiuiui das und gerade haben frohe Linienliste was er darf eine Farbe frohe Linienliste ich bin ja Feuerwehr Auto guck mal böse Menschen würden die 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 jetzt wird das Freie Auto ja das ist ein aus Börzzi jetzt sind Börzzi 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 Was ist denn ein Travigo an einem Theater? ja für die Reisegruppen mhm mhm und zwar Static Vehicle Übrigens, da müssen wir auch noch dran arbeiten Static Vehicle brauchst du Static Vehicle Static Vehicle so Aber du musst aufpassen welche Static Vehicle du benutzt so dann sind wir an der entkalten Stelle ich bin jetzt ganz lange gefahren das ist kein great ja doch ist es nein doch ist es es ist das hummer rot hummer rot ja gut krebs rot ja na gut ist der zaun hier macht ja auch nicht wirklich viel sinne finde ich doch der ist voll sinnvoll der 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 ist seine rückwärts ein paar glücken herausforderung die sieht anders aus so ja also resume ich würde sagen die karte ist solide genauso würde ich es ausdrücken solide also schon schön gestaltet mit ein paar macken muss man leider sagen aber ich finde vom grundsatz her kann man drauf fahren ich bin halt persönlich nicht so der fan von diesen mega langen kurvigen straßen also dass man wirklich über land die fast gar keinen geradeaus stück hat das fand ich persönlich nicht so schön aber das ist geschmack sache nicht wahr ihr zwei ja so dann danke ich euch dass ihr mitgefahren seid gerne und ja an meine zuschauer wir sehen uns beim nächsten video kommen sie oder ets oder project cars oder was auch immer ich hoffe ihr seid dann wieder mit dabei kaputt bis dahin macht es gut und tschüss